Ich probiere jetzt mein Glück und baue mich hier jetzt einfach runter und hoffe, dass ich auf eine Biene auf dem Beehive stoße. Jetzt wird uns der Beehive bisschen allein zieht da. Hier werde ich eher weniger Erfolg haben. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Keine Ahnung, wieso ich jetzt hier hingegangen bin. Auch keine Ahnung, warum hier. Verdammt, zieh ein. Ach, den Pylon jetzt mal hier hin. Ja, der wird uns sowieso zwischen den Pylon. Aber dann hat er das wenigstens... Naja, keine Ahnung. Hm, hm. Ich kann die Nachtmusik mal trudeln. Armor Potion, stimmt. Potions, warte mal. Wir nehmen mal... Ist das... Ne, das ist Swiftness. Oh, ist aber auch nicht schlecht. Wir haben keine Iron Skin. Super. Ja, kein Problem. Ist das gut? Ja, mehr haben wir nicht. Wir können die nehmen. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das war einmal übel schlecht. Gut, dann haben wir's aber probiert. Weil ich wollte's eben nur noch probieren. Ich wollte sowieso keinen mehr eigentlich klatschen. Ich wollte eigentlich schon bei Queenslime aufhören. Ich werde's jetzt nicht nochmal probieren. Das war nämlich echt kacke. Äh, wir müssen uns da best... Wir müssen die Nurse, muss man raufholen. Äh, wie viel Geld hab ich jetzt eigentlich? Ja, wir müssen die Nurse, müssen wir raufholen. Äh, und so weiter. Aber ich spitz jetzt wie Sau. Ich möchte auch hier mal alles schön bauen. Ich möchte, dass wenn wir dann nächstes Mal spielen, dass hier alles aufgeräumt ist, hier die Crafting Stations sind und alles mögliche. Und dann haben wir nächstes Mal nett, weil ich möchte auch nicht das Spiel durchballern, wenn's hier nicht fertig aussieht. Ähm. Ich find's ja kacke, dass die Adamandit-Rüstung keine Buffs gibt. Ich mach jetzt noch eine letzte Sache. Damit schließe ich den Stream ab. Ich geh jetzt doch noch einmal runter in die Hölle und guck mal, ob wir nicht gleich einen Guide, äh, Doll finden. Ähm. Also ob wir nicht gleich einen, ja, einen Guide Tool finden. Ne, Voodoo-Puppe halt, Dingsbums da. So. Und, äh, da guck ich mal und dann beschwör ich die Wall of Lash nochmal, kill die nochmal, guck aber nicht doch nochmal das Ding bekommen, das Emblem, das Emblem, das, äh, Fernkämpfer-Emblem. Und ganz egal, wie's jetzt ausgeht, ob wir's bekommen oder nicht, danach ist aber Schluss. Ich streame jetzt fast fünf Stunden. Und ich wollte eigentlich nur kurz machen. Ich müsste nämlich eigentlich noch Final Fantasy aufnehmen. Das heißt, ich werde mir danach vielleicht einen Tee machen. Oder vielleicht sogar einen Kaffee. Ich hab ja noch nie einen Kaffee hier gemacht. Vielleicht einen Kaffee und dann, äh, auf jeden Fall rieche ich halt was und gehe noch was, um ja noch was zu essen und so. Das ist eh erst 8 Uhr. Das ist 8 Uhr, jetzt wär's die Zeit, in der ich normalerweise anfangen würde zu streamen. Jetzt hör ich aber bald auf. Dann geht's. Das war's. Oh, so eine Mage-Attacke. Kann bitte einer mit einer Voodoo-Puppe spawnen. Ach, da kann man nichts tun. Das ist nett. Das ist eine nette Schnecke. Oh, so eine Wälder. Spawne doch. Spawne doch, du liebes Voodoo. Puppen, Dämonen, Dings, Bums, Küchens. Ich werde auch, kommt mir vor, jedes Mal, ich werde irgendwie immer leiser. Ja, irgendwie bin ich nie in dem Bereich, in dem ich eigentlich sein sollte, wenn ich durchgängig normal rede. Ich sollte eigentlich lauter sein. Spawne, Dings, Bums, Küchens. Spawne doch. Hier, hier ist einer. Ah, du bist eine Falsche. Ach, komm schon. Ja! So. Seid ihr bereit, Teamarbeit? Jetzt gucken wir nochmal. Also, damit beende ich jetzt den Stream, ne? Ganz egal, was kommt. Ganz egal, ob es gut oder schlecht ist. Wir nehmen es, wie es ist. Also, tschüss, Guide. Sehr, 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 sehr cool. Das ist start, wenn man schlecht hat. Okay, ich kann nicht, danke. Also, ich kann nicht sehen. Ich bin dann mal weg. Ja, mach's gut. Ja, ich bin jetzt eh gleich weg. Ich sag, Roll of Flash und dann bin ich weg. Roll of Flash ist jetzt auch mein Ende. Und... Summoner-Emblem. Summoner-Emblem. Ah, Mann. Und ich sag Emblem dauernd irgendwie anders. Merke ich selbst. Ich werde müde. Jetzt muss ich jetzt schnell aufhören, muss noch was essen und dann möchte ich eigentlich Dinge aufnehmen. Final Fantasy. Gut, Leute. Wird jetzt gerade geblitzt? Haben wir das gehört? Ich weiß es nicht. Es hat gerade geblitzt und gedonnert. Gut. Was jetzt? Oh, man hört es auch volle Regen an. Nein, hat man nicht. Ähm, es regnet jetzt auch total. Ah, das wird für die Final Fantasy-Aufnahme wieder eklig. Gar, ich gehe jetzt mal was essen. Gut, Leute. Ich würde sagen, damit werden wir den Stream. Ich mache jetzt nur noch für mich nochmal ganz schnell. Pass mal auf. Ich mache hier mal Zoom. Dann mache ich mal den hier. So fliege so ein bisschen. So. So. Zack. Und ich probiere es nochmal. Zack. So, das brauche ich dann für Thumbnail. Äh, für den Stream. Bam. Und dann würde ich sagen, ich ballere jetzt die Endcard rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Also hier in der Aufnahme auch. Äh, ne, bis, bis zum, bis nach dem Cut oder bis gleich zur neuen Folge. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen und Tschüss. So, und somit, hallo, herzlich willkommen in der Aufnahme. Es hat die Aufnahme nicht gestartet. Verdammt. Ich habe jetzt schon im Stream ein bisschen geredet, aber wir haben keine Aufnahme. Ah, Mist. Das ist jetzt richtig nervig. Äh, wir haben im Stream Folgendes gemacht. Jetzt ganz kurz zur Erklärung. Äh, ich habe hier ganz schnell, offscreen, habe ich mal die Häuser fertig gebaut. Hier in den Zaun. Wir haben jetzt einen Hund. Den gibt's hier. Dann haben wir uns hier einen Trüffelwurm geholt. Ich habe den Golfer, äh, geholt. Den habe ich, ne, hier, zack. Ich sage das jetzt alles so schnell eben, weil, ähm, was die Aufnahme nicht gestartet hat, richtig ärgerlich. Dann habe ich das erste Mal, äh, mit, mit, äh, mit den Wires, äh, gehandelt, ne, quasi so Wires geholt. Die von unten ganz hier hochgezogen. Äh, dafür brauchen wir Teleporter. Die haben wir noch nicht. Da müssen wir ganz schnell, äh, den Steampunk. Dafür braucht man einen mechanischen Boss. Das soll jetzt unser Ziel sein. Ich habe eben hier ein bisschen was fertig gebaut. Hier habe ich ne, die ganzen Puppen gebaut. Äh, die Minishark habe ich jetzt gerade mal geholt. Hier habe ich eben ganz viele Gläser. Und dann haben wir ein NPC-Haus für, äh, haben wir hier gebaut jetzt im Stream. Ich warte jetzt drauf, dass der Trüffelmensch einzieht. Den Kleidungshändler haben wir umziehen lassen. Der sollte jetzt bald hier wohnen. Und der Tabernkeeper sollte dann hier wohnen. Und, ja, das war eigentlich alles. Ja, ärgerlich jetzt. Richtig ärgerlich. Das ist die Aufnahme. Das hatte ich noch nie. Der Button hat nicht funktioniert. Mist. Ja, egal. Ist jetzt nicht ultra viel. Wir haben jetzt noch nichts ultra produktives gemacht. Ha, pa, 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 pa. Genau. Dann werde ich jetzt, ähm... Das ist auch nicht wirklich viel was. Dann werde ich jetzt, äh... Golf werden wir nie spielen, wahrscheinlich. Mach mir mal was zu trinken auf. Warte, hört man das? Zack. Ach, ja. So, genau. Ich möchte nämlich folgendes machen. Ich möchte... Äh... Ich möchte eine bessere Waffe machen, als wie das Adermandit. Oder ich möchte das Adermandit gerne ersetzen. Und ich möchte auch, dass der Trüffelmensch einzieht. Das Partygirl fehlt uns zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum das nicht einzieht. Wir haben ja eigentlich mehr als sieben NPCs. Eins, zwei... Drei... Vier... 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 Sechs... Ja, vielleicht in einer Stadt. Das könnte es sein. Das haben wir wahrscheinlich nicht. Aber das Partygirl brauchen wir nicht wirklich. Ja, obwohl der Kuchen wäre gut. Was habe ich eigentlich in meiner Wall? Gar nichts. Ja, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass sie sich aufgenommen hat. Aber egal. Wir warten auf die Nacht. Genau, das sollte ich jetzt gerade machen. Ich lege mich mal hier ins Bett. Ja, seht ihr, da geht die Zeit ganz schnell um. Ich will Nacht haben, weil dann verkauft uns der Waffenhändler illegale Waffendinger. Verdammt, jetzt habe ich Ringe auf meinem Tisch. Verdammt, jetzt habe ich Ringe auf meinem Tisch. So, jetzt ist es Nacht. Verdammt, jetzt ist es auch mein Tuch. Ich habe hier eigentlich immer ein Tuch. Genau wegen sowas, wenn ich hier Ringe habe. Genau, so. Zack, jetzt. Pass auf. Jetzt ist es Nacht. Das heißt, wir können... Bam, bam, bam. Äh, hier hingehen. Wo ist... Hier ist der Pylon. Zack. Wir könnten jetzt... Ja, wohl, nee. Ich lasse den Pylon hier. Genau, der ist jetzt umgezogen. Der Tavernkeeper ist hier. Ich gucke nur mal wegen der Happiness eben. Oh, hier fehlt ein Steinding. Oh, ja, nein. Wie kann es sein, dass hier ein Steinding fehlt und die trotzdem hier wohnen? Oh, ja, mir ist sogar mehrere gefehlt. So. Äh, Happiness. Äh. Oh, ja. Die verstehen sich ganz gut. Äh. Äh. Wir... Wir... Nee, gut. Wir haben keine... Es ist halt live. Wir haben keine... Ich sag's gleich. Ja, ich frage mich halt, wann das Ding einzieht. Äh. Bap, 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 bap. Wir haben keine, äh, kein Fass. Ich wollte jetzt ein Fass hinstellen. Ähm. Aber ich glaube, Häuser haben wir jetzt eben... Oh, verdammt. Ups. Äh, Häuser haben wir genug. Dann ist jetzt die Frage... Was... Was ist eigentlich hier? Spawn. Okay. Habe ich jetzt Spawn Point removed? Bap, 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 bap. Nee. Gut. Jetzt weiß ich, äh... Ich möchte ja zum Ding gucken jetzt. Zum Waffenhändler. Bap, pap, 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 bap, 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 bap. Bap, pap, bap, bap, bap. Shop. Da, illegal gunparts. Die sind nicht billig, aber... Ich brauche... Einmal. Oh, dann. Komm, tschüss. Äh. Einmal. Genau, so illegal Gunparts, dann brauchen wir Sharkfin. Okay, also einfach Haie. Ist auch blöd, dass ich da gerade rübergehe. Weil können wir uns ja auch rüberporten. So, wir brauchen jetzt Haie. Wir gehen jetzt mal an ein paar Haie fahren. Da ist schon einer. Das ist ja ein kleiner Ozean. Oh, wir haben eine Piraten-Map. Geil. Das ist eine geile Geld-Farm. Äh, Sharkfin. Wir brauchen fünf Stück. Ah, was ist denn das für ein kleiner Ozean? Ist ja mal richtig mies. Da wird uns ja gar nichts spawnen. Dann gehe ich besser zum Dschungel. Ach ja, das habe ich noch nicht gezeigt. Ich habe das Dschungelhaus umgebaut. Das alte war hier. Und ihr seht, warum ich es umgebaut habe. Das ist jetzt hier alles äh, corrupted. Wir könnten zwar das corrupted heilen, ja. Aber dafür habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Da war es einfacher, einfach das Haus hier hinzubauen. Ich habe halt das alte stehen lassen. Das ist quasi das Ruine. Weiß ich nicht. Ähm. Ja. Boah, das Queensline-Pattner ist. Aber es regt mich echt auf, dass wir keinen Titan haben, weil ich hätte den neuen Titan-Effekt gerne gesehen. Ich war echt schon fast beim überlegen, ob wir uns eine neue Welt machen, wo wir die Erze ganz schnell holen. Boah, das Pad, ne? Das ist wahrscheinlich echt eines der besten. Weil da, mir kommt man halt, mir kommt halt vor, ich komme damit schneller durch die Gegend. Das ist, wie wenn ich jetzt ein Ufo oder so hätte. Ufo hatten wir ja letzte Staffel, ne? Ja, hatten wir, glaube ich, ne? Das war geil. Ja, sicher hatten wir das. Damit habe ich ja den Moon Lord zumindest versucht, zu klatschen. Boah, wie viele Sterne hier wieder sind. Ah, hier ist schon ein Ozean. Gut. Pam, pam, pam. Jetzt ist die Frage, wie häufig solche High Spawn. Oh, was ist hier? Was gibt es jetzt auch? Unterwasserhöhlen? Vielleicht keine gute Idee, hier runterzugehen, ne? Gibt es hier irgendwas? Ich guck nur mal. Das kenne ich gar nicht. Aber wir waren ja nur beim rechten Ozean tatsächlich. Nur eine normale Kiste? Äh, Scam. Aber es sieht cool aus. So, zack. Vielleicht ist es jetzt schon High wieder gespawnt. Das wäre super. Droppen die die zu 100%. Das wäre natürlich obergeil. Das hier? Okay. Komm schon, High. Du darfst spawnen, es sei dir erlaubt. Oh, wie viel High wieder ist, ne? Oh, das Leinbett. Taucht nach oben. Ultra schnell. Ja, irgendwie nicht. Sie spawnen ja nichts. Obwohl, ich bin auch ein Idiot, ne? Ich könnte folgendes machen. Wir könnten mal zurückgehen. Das habe ich jetzt selbst noch nie getan. Wartet mal. Warte mal. Pass mal auf. Wir machen mal was anderes. Wir gehen mal zum... Was mich raten, die Haie sind wahrscheinlich eher wieder häufiger am Tag beim Spawn. Äh... Da von wo bin ich schneller, ist eigentlich egal, ne? Boah, wie viele Sterne. Übertreib halt. Ja, das ist jetzt echt übertrieben. Also, wenn ich jetzt ein Mage... Hä? Wieso? Also, wenn ich jetzt ein Mage wäre... Genau, das habe ich jetzt noch nie selbst getan, tatsächlich. Aber es gibt doch hier... Zeige ich euch mal. Die da. Ist es die? Ja, muss die sein, ne? Die erhöht doch Monsterspawn. War doch die, oder? Die müsste Monsterspawn erhöhen. Also halt, äh... Nicht nur Monster, sondern generell. Obwohl, wißt du was? Ich gehe mal kurz... Tag machen. ... ... ... ... ... Vielen Dank.